Ich muss das nochmal wieder anziehen. Dann rüber gehen. Und zwar... Ja, könnte ich den ergeben und dann nochmal die Scheibe einwerfen. Aber dass der das nicht sieht, wenn der eh die ganze Zeit drunter guckt und auch nicht sieht, dass wir das nicht waren... ...habe ich halt nicht daran gedacht, weil ich dachte, guck mal, der guckt ja eh ganz weit runter. Wir dürfen nicht mal zum Katapult gehen, aber wir dürfen einen Stein rüberwerfen und keiner sagt was. Hat sich mir jetzt nicht ganz logisch erwiesen. Naja, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal mit dem Katapult machen und uns reinsetzen, oder? Naja... Jetzt schießen dann vielleicht die Gargoyle da durch und reißen die Mauer ein und schießen uns dann rüber, oder so. Ähm, ich wollte nicht, dass du dich nochmal reinsetzt. Nein, ich will nicht mehr. Ich wollte nur, dass du das wieder runterfährst. Ich dachte, er hätte kopiert das jetzt runter, dann kann ich das dann aufstellen, aber nein, er musste ja nicht direkt aufpacken. Feuer frei! Interessiert auch keinen. Aber naja, sieh ja nur. ... ... ... ... ... ... Vielleicht noch lauter Schrei. ... ... Häh, 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 häh. Ich bin ein bisschen asynchron. Ich glaube, das sollte jetzt erst kommen, dass stöhnen, als er davon läuft. Ich denke nicht, dass ich mich folgen werde, aber ich hätte besser mich von diesem Ort entfernen. Ich habe es vielleicht noch nicht hinbekommen gehabt, was ich nicht glaube. Und wahrscheinlich eher irgendein Kompatibilitätsproblem, oder? Ich meine, dass überhaupt irgendwas von vor 18 Jahren läuft, ist ja schon ein Ding, ne? Ohne DOS-Box, oder? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Wald. In meinem Nest. Gucken wir noch mal. Da ist wieder das Grommashwanted-Post, ne? Hallo, wo ist da was drin? Wanted for crime against the Sovereign Lands, Grom Hellscream It is by Decree of the Alliance that Orc survivors of the Second War be permitted to live, provided they remain within designated military settlements, and provided their behavior remain docile and non-threatening to the established order. The Alliance High Command has reason to believe that Hellscream and his volatile Warsong Clan have been prompting other clans in the region to acts of rebellion and insurrection against the regional wardens of the Alliance. Hellscream is believed to be highly dangerous, and the use of extreme force has been authorized for his arrest. He should be transported, if captured alive, to the nearest military outpost. Reward will be paid upon his return, or with proof of death. The last known whereabouts, Southern Lordaeron travels widely. Genau, so war das hier am Buch. Also er, also die ganzen, das war natürlich nach dem Zweiten Krieg der Legion, also der Orks, die einmarschiert sind. Und dann wurden ja die meisten Orks in diesen Camps gefangen gehalten. Und waren halt so deprimiert, dass sie halt nicht ausbrechen wollten. Oder, ja, man versucht ja auszubrechen, halt ne, mit einer Rebellion und alles einzureißen. Und selbst dann wollten, glaube ich, die meisten nicht abhauen, und dann muss das Rally, glaube ich, erst überreden, oder? Wir gucken, ob wir dazu noch kommen, oder wie weit das Ganze hier geht. Äh, wo befinden wir uns? Ah, da ist ein Ork. Da ist ne Brücke mit komischen Podern. Da geht's irgendwo den Berg hinauf. Oh, da geht's nochmal zu dem Ork. Oh, der Koppel. Oh, der Koppel. Oh, der Koppel. Oh, der Koppel. Oh, jetzt kommen wir endlich. Dialogoptionen. Ähm... Is this what you want? Ich glaube, das war was er wollte. Ein Blimser. Sam French. Kaputamotor. Ich bediene mich Mari. Tschüss. Nein, ich regle das. Kein Problem. Ich sehe nichts spezielles. Was ist eine Samuflange? Nicht, dass Ihr Feeble-Orch-Mind versteht. Aber die Samuflange ist eine der größten revolutionäreren Tools, die von den Goblinsen inventiert werden. Eigentlich ist es eine hohe kraftvolle Drill, die die Schnappgaskette zu den Blimser-Seals-Valves enthalten hat. Jetzt lass mich allein. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Ich wollte mich nochmal vergewissern. Ja. Ich habe. In fact, ich habe diese Zeppelin gebaut. Ich habe diese Zeppelin gebaut. Sie ist eine der besten Schnappen ever gebaut. Sie hat sie über zehn Missions in der Zweckend Krieg. Okay. Sie sind eine der Schnappen, die Schnappen ausging. Vielleicht ist das, dass sie wegkackt. Es sieht wichtig. Fell-Off? Fell-Off? Nothin' nur FALLS-OF. A Goblin Zeppelin. Was? Well, at least it's not one of those Tinker Trap flyers built by the Gnomes. Tell me more about Gnomes, Goblin. Small, hairy, bloated, and totally incompetent. What else do you need to know? I mean, why do you hate them so much? Because the Goblins and the Gnomes are at war! We strive to out-invent each other by developing bold new mechanical innovations. But us Goblins are way ahead of them. Really? Yeah. In fact, I was on my way to a secret Gnomish workshop to steal their latest plans for a revolutionary communication device. But as you can see, I'm having some problems with transportation. Hmm. I'll make a deal with you. Uh... Gaslow. Yeah, uh, Gaslow. I will steal the plans from the Gnomes while you fix your Zeppelin. Then... Sounds good to me. When do you leave? Then... You will take me wherever I wish to go. Oh. All right. If you get the plans from the Gnomes, I have to fly you wherever you want to go. Okay. But here, you'll need these. These are fake plans. Designed to throw the Gnomes off track. Substitute these for the real plans without them noticing. But be careful. They're crafty little puggers. Yeah, yeah. You'd better be here when I get back. Whoa. I'll be here. I'll be here. Probably still working on this damn machine. I'll be here. I'll be here. I'll be here. I mean, I think it's a little happier. Oh, that's what I like. But I'm sure it's the top of the Gnomes, that you Laugh. It feels like they're deeper together, what's cool to do than this. But I'm sure she is not enough to make this so easy. Let's go go upstairs, let's let them grow. Wir müssen also die Pläne der Goblins besorgen, sie austauschen und wahrscheinlich herausfinden, wo Krom ist, damit er uns dann dahin fliegen kann oder wir werden ihn dann fragen, ob er weiß, wo der ist. Aber ich tippe immer, wir müssen das vorher herausfinden und ihm sagen, wo wir dann hin müssen. Was ist da was im Kopf? Hier war meine Brücke, habe ich das Gefühl. A chasm? Or a chasm? Vielleicht. Vielleicht nehme ich mal den Speer. Bam. Und das nehme ich mir auch. Und vielleicht noch das Schild. Und vielleicht noch die Oster. Vielleicht noch die Oster. Ja. Er muss sich während einer Krieg getötet werden. Ich glaube nicht, dass er hört. Dann halt nicht die Oster. Hm. Das ist nicht mein Stil. Nein. Ich will das nicht da. Na gut, dann nicht. Ich dachte, vielleicht können wir ihn schon mal vorbereiten. Dann ist die Frage, wie kommen wir über die Brücke? Über die nicht vorhandene Brücke. Über die nicht vorhandene Brücke. Nun, das ist ein Grand Canyon. Es sieht aus, als wäre die Brücke aus der anderen Seite geschlossen worden. Ich dachte, du springst da jetzt rüber. Na gut. Was ist das denn? Ein Rotating Geek Tweaker. Wofür auch immer das sein mag. Der Speer wird uns ja auch nicht weit helfen. Damit kommen wir ja auch nicht rein. Joa, das heißt so viel wie hier kann man. Ich weiß nicht, ob jetzt zwei kleine Pfeile sind. Aber ich glaube, erst wenn wir drüben sind, dann können wir da halt hingehen. Dann würde ich einfach nur sagen, dass wir da zu diesem Rauch sind. Aber da kommen wir ja jetzt noch nicht rüber, ne? Da können wir ihn höchstens fragen, ob er eine Idee hat, wie man den Bucke repariert oder so. Vielleicht zwei sagen wir damit. Aber wir gucken vielleicht erst mal hin, was da so angeht.